Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Da es ja in der anderen Ausgabe nicht so toll geklappt hat mit Debian 12 auf dem Raspberry Pi P400, habe ich jetzt quasi das Original nochmal vorgekramt, das Raspberry Pi OS, aber allerdings in der 64-Bit-Version. Das werde ich jetzt auf dem hier Raspberry Pi P4 installieren, weil ich was brauche, um was anzuzeigen. Für ein anderes Projekt über HDMI und da gucken wir uns auch nochmal ein bisschen die Oberfläche an, die es da so gibt, die da mitgeliefert wird. Ein bisschen dazu, was dieses Raspberry Pi OS ist. Das gibt die 64-Bit-Version und die 32-Bit-Version. Und die 32-Bit-Version ist quasi so der Standard, aber ich wollte mir auch mal die 64-Bit-Version angucken. Das Ganze basiert noch auf Debian 11. Debian 12 ist jetzt ja seit Mitte des Jahres rausgekommen. Und es gibt zwei Varianten von diesem Raspberry Pi OS. Einmal mit Desktop und Lite. Also beim Desktop ist eben, wie der Name sagt, ein Desktop mit dabei, eine grafische Oberfläche. Und wohl auch so Basisanwendungen. Und bei der Lite-Variante meine ich, da ist kein Desktop mit bei. Das eignet sich eher für so Server-Anwendungen oder Text-Modus-Dinge. Wenn ihr das jetzt selbst ausprobieren möchtet, ladet euch dieses SD-Karten-Abbild herunter von dieser URL. Da gibt es verschiedene Download-Möglichkeiten. Und ich habe das genauso gemacht, dass das zu diesem Punkt hinspringt, wo ihr das Raspberry Pi OS in der 64-Bit-Version kriegt. Wenn ihr das runtergeladen habt, habt ihr hier so eine Datei. Also gibt vielleicht eine neuere, wenn ihr das Video guckt. Das ist auch schon relativ alt. Das ist jetzt fünf Monate ungefähr her, wo es veröffentlicht wurde. Und die schreibt ihr auf die SD-Karte. In meinem Fall heißt das Gerät dev-sdb. Guckt aber bitte genau nach, wie euer SD-Kartenleser bzw. auch der Schreiber heißt. Nicht, dass ihr nachher die Festplatte überschreibt, wo euer Betriebssystem drauf ist oder irgendwas anderes. Ich mache das Ganze immer ganz gerne auf der Kommandozeile. Von daher nehme ich ja mal xz-Cat. Das ist zum Dekomprimieren von dem Image. Das ist mit xz komprimiert. Das ist ein relativ guter Kompressionsalgorithmus. Das minus d sagt, wir wollen das dekomprimieren. Und das ist eben der Dateiname. Dieses Dekomprimieren, das geschieht nicht in eine Zieldatei, die umgepackt ist, sondern das wird weitergeleitet an das nächste Programm über Pipe. Also die Ausgabe von dem hier, der unkomprimierte Datenstrom, wird an das nächste Programm DD weitergegeben. Und mit DD kann ich direkt auf Geräte zugreifen. Ich kann da Dinge draufschreiben bzw. davon lesen. Aber in diesem Fall möchte ich, dass die unkomprimierten Daten auf devsdb, meinem Karten-Schreibegerät, landen. Und mit bs gebe ich noch an, dass immer so ein Megabyte Häppchen draufgeschrieben werden sollen. Wenn ihr das Ganze grafisch haben möchtet, gibt es direkt den Raspberry Pi Imager. Den könnt ihr runterladen. Den gibt es auch für verschiedene Betriebssysteme. Und da steht drauf, wie ihr den installiert. Guckt auf die Seite, wenn ihr lieber was Grafisches haben möchtet. Nach dem Schreiben der Karte muss man die natürlich noch einlegen in den Raspberry Pi. Dann braucht man noch einen Monitor und eine Maus dazu. Und dann kann es prinzipiell auch schon losgehen. Strom dran und dann bootet das System. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Genau. Jetzt habe ich auch die letzten Kabel verkabelt. Und jetzt mache ich einfach mal Stromlaufen und gucken, ob es schon klappt. Also wir haben schon ein Bild. Also das, was ihr da seht, das ist quasi das Monitorbild. Von dem Raspberry Pi. Das greife ich über eine Capture-Karte ab, dass ihr das dann auch sehen könnt. Und ich mache das einfach mal größer. So. Und das Erste, was dieses Betriebssystem macht, das vergrößert die Partitionierung so, dass auch der ganze Speicherbereich, den die SD-Karte bereitstellt, verwendet wird. Denn dieses Image, was ich darauf geschrieben habe, das hat eine Partitionierung, die erst mal für, wo sind sie jetzt, vielleicht eine 8 GB Karte oder vielleicht noch eine 4 GB Karte gedacht ist. Und wenn ihr jetzt eine 32 GB Karte habt, würde jetzt der überwiegende Speicherbereich verschwendet werden. Da könnt ihr keine Daten draufschreiben. Also wird beim ersten Booten diese Partitionierung so angepasst, dass ihr wirklich denn die 32 GB oder was auch immer von dem System habt. Und ja, so, jetzt können wir hier, genau, es gibt ja auch diese mehr oder weniger schicke Maus hier dazu, in diesem Bundle, was ich mal gekauft habe vor einiger Zeit. Und der rät sich jetzt eine ziemlich unmögliche IP-Adresse da zurecht. Ich hole noch mal ein Mauspad. Ich hoffe, das lässt sich noch irgendwie mal einstellen, denn das ist ja grober Unfug. Ich will ja das, was mein DHCP-Server da bereitstellt und nicht irgendwie so etwas komplett erraten ist. Next. Ja, Germany, das ist alles gut. Englisch möchte ich nicht. Tastatur Layout ist, ja, hätte ich auch gerne auf Deutsch, denn ich habe die deutsche Variante von diesem Tastatur-Dingsbumster. Also dieser Raspberry Pi P400, den gibt es in verschiedenen Sprachvariationen und ich habe die mit Umlauten, also ich habe das Deutsche. Von daher möchte ich auch gerne, dass es so eingerichtet ist. So, als nächstes sollte ich einen Benutzernamen anlegen, mit dem ich so normal arbeiten kann. Kennt man ja von anderen Linux-Installationsprogrammen genauso. Und das machen wir hier jetzt auch. Und ja, da es kein Produktivsystem ist, mache ich das auch relativ simpel. Und dann auf Next Setup Screen. Also mit meiner Capture Card erscheint ja alles ganz gut zu funktionieren. Und dann unten, da bin ich am Rand, oben bin ich am Rand, da bin ich am Rand und da bin ich auch am Rand. Also das ist genauso, wie es sein soll. Das ist alles genau richtig. Next. WLAN möchte ich nicht. Software aktualisieren. Prinzipiell warum nicht? Mal gucken, ob das klappt. Also wo diese IP-Adresse ja totaler Quatsch war, die da ausgewürfelt wurde. Vielleicht hat er sich noch eine zweite IP-Adresse geholt. Macht natürlich sein. Und hier Bluetooth möchte ich auch nicht nutzen. Mal gucken. Vielleicht klappt das ja doch. Also ich habe hier eine Firewall dran, auch auf Raspberry Pi Basis. Ein IP-Fire läuft da drauf. Brauche ich auch für ein anderes Projekt. Also von daher ist das Ganze hier eher Vorbereitung für ein anderes Projekt. Aber da dachte ich mir, da mache ich trotzdem eine Folge draus. Dann können wir uns gemeinsam nochmal ein bisschen den Raspberry Pi da angucken. Die ist Raspberry Pi OS in 64 Bit. Und dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe und sowas. Also das scheint wohl doch zu funktionieren. Da würde ich dann gleich nochmal gucken, wie die Netzwerkkonfiguration ist. Also vielleicht hat jetzt die interne Netzwerkkarte zufälligerweise auch zwei IP-Adressen. Könnte sein. Würde ich jetzt mal vermuten. Ansonsten kann es ja nicht funktionieren. Warum ich das Ganze jetzt nochmal mit dem Raspberry Pi OS 64 Bit Version mache, ist, dass Debian 12, was ich eigentlich dafür vorgesehen hatte, das hatte mehrere Probleme. Also die interne Netzwerkkarte, die in dem Raspberry Pi P400 drin ist, die wurde nicht erkannt. Und die habe ich auch innerhalb von dem, was ich ausprobieren wollte, nicht zum Laufen gekriegt. Es mag sein, dass es mit irgendwelchen anderen Sachen denn noch funktioniert. Irgendwelche Tricks, Körnel, Parameter oder sonst was. Das wollte ich mir dann aber doch nicht geben, weil ich eigentlich bloß eine Lösung haben wollte. Und die Lösung für was anderes und nicht die Lösung dafür, um diese Netzwerkkartenprobleme zu lösen. Von daher habe ich mir in dieser anderen Folge eine USB-Netzwerkkarte genommen. Die habe ich dazu gesteckt. Die wurde sofort erkannt vom Gerät und dem Körnel und überhaupt. Das hat funktioniert. Damit hätte ich ja quasi noch leben können. Das nächste Problem war, ich habe keine grafischen Sitzungen starten können. Also ich habe nicht mal den LightDM, den Anmeldemanager, starten können. Da tat sich gar nichts. Und ich hätte das eventuell auch irgendwann hingekriegt. Aber wie gesagt, ich wollte bloß eine schnelle Lösung. Ich wollte da nicht länger dran rumbasteln. Von daher in der Folge, wo ich es probiert habe, das ist so eine, hat leider nicht geklappt Folge. Ja. Und hier scheint das ja schon mal insgesamt besser zu gehen. Das Netzwerk funktioniert. Jedenfalls lädt da irgendwas runter. Und wie wir alle sehen, es gibt ja diesen Grafikmodus hier. Also von daher es klappt. Jetzt wurde das System aktualisiert. Das ist sehr schön. Und es gibt bloß OK und Restart. Das machen wir jetzt mal. Und gucken uns gleich wieder dieses wunderbare Farbmuster an. Wenn es funktioniert. Aber davon gehe ich standardmäßig einfach mal aus. Ja, wenn man das Ganze auf der SD-Karte installiert, wie es ja eigentlich auch gedacht ist, dann dauert es insgesamt deutlich länger. Wobei die Karte, glaube ich, gar nicht so die schlechteste ist. Wenn man jetzt ein externes USB-Medium anschließt, entweder einen schnellen USB-Stick oder sogar eine SSD, dann geht das Ganze nochmal schneller. Habe ich im anderen Video auch schon mal gemacht. Da liegen wirklich nochmal Welten dazwischen. Und es hat ja soweit funktioniert. Also von daher ist das alles gut. Gut, aber schneller ist natürlich immer besser. So, da haben wir jetzt diesen, ich glaube Pixel heißt der Desktop, ne? Also da haben wir den Pixel Desktop. Ich gucke jetzt mal durch, ob sich da jetzt irgendwas großartig getan hat. Denn vor einiger Zeit habe ich das schon mal gemacht. Ich glaube, dieses Hintergrundbild war genau dasselbe, das ich hier jetzt auch sehe. Von daher hat sich vielleicht gar nicht so viel getan. Und was natürlich interessant ist, sind sie eher so diese Dinge, die für die Oberfläche und für die Distribution spezifisch sind und die nicht so allgemein sind. Also sowas wie Raspberry Pi Konfiguration. Das gibt es halt bloß auf dem Raspberry Pi. Denn die Basis darunter ist ja ein Debian 11. Und von daher hat es sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Standard Debian 11. Was es ja auch für andere Plattformen gibt, was sie ja auch auf einem ganz normalen PC installieren können und so weiter. Da haben wir jetzt noch ein paar Möglichkeiten, das System weiter zu konfigurieren. Wir können jetzt das Kennwort nochmal ändern. Und dann, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich kann den Hostnamen setzen, den ich jetzt einfach mal P400. Und, achso, beim nächsten Neustart erst, soll mir auch recht sein. Dann kann ich sagen, wohin ich starten möchte, direkt zum Desktop oder zu Kommandozeilen, Schnittstelle, also die Konsole letztendlich im Textmodus. Und was mich so ein bisschen gewundert hat, was aber auch zur Zielrichtung davon ja passt, ist, dass ich ohne Anmeldung sofort ein Desktop hier habe. Also ich werde sofort mit meinem Testbenutzer, den ich da habe, den ich mir da angelegt habe, sofort eingeloggt, ohne dass ich da jetzt ein Passwort angeben muss. Also passt zur Zielgruppe von dem Ganzen. Denn es ist ja eigentlich als Lernsystem ursprünglich konzipiert worden für Schulen und Ausbildung und so weiter. Also für eine Klientel, die nicht unbedingt so Linux-affin ist. Also das sind keine Profis, die aus dem Bereich kommen oder so. Also von daher soll das Ganze relativ einfach sein. Das ist vollkommen okay. So, Netzwerk beim Booten. Apropos Netzwerk. Achso, schade. Stellt sich wieder zurück mit der Größe. Was hat er denn jetzt so netzwerkmäßig? Ich habe hier, genau, ETH0. Das ist die interne Netzwerkkarte. Und die hat von meiner Firewall auch eine IP-Adresse per DHCP zugewiesen bekommen. Das stimmt. Und diese andere obskure IP-Adresse, die mich in der Installationsphase so verwirrt hat, die ist auch weg. Also das ist jetzt genauso, wie es sein soll. Von daher, das ist gut. Und Netzwerk beim Booten. Oder meint das während der Boot-Phase oder gute Frage, was das jetzt meint. Aber das Netzwerk funktioniert, von daher lasse ich das. Startbildschirm könnte ich ausmachen, wenn ich wollte, aber das passt auch soweit. Dann Anzeige, Übertastung. Ich kann mir denken, dass das jetzt irgendwie Overscan ist, also für Röhrenmonitore oder wenn man das Ganze an einen Röhrenfernseher anschließt. Da gibt es Bildschirmzeilen, die nicht angezeigt werden, ja, quasi aus historischen Gründen. Und dass man das damit vielleicht irgendwie rausschieben kann, dass man die dann nicht sieht. Also da ist mehr oder weniger der Müll drin. Aha, nö, aber das möchte ich nicht. Ich habe es ja hier digital, alles gut. Bildschirm löschen. Hm. Ähm, keine Ahnung, was Bildschirm löschen ist. Headless Resolution. Also wenn ich kein Display angeschlossen habe, kein Monitor, dafür kann ich mir eine Auflösung aussuchen. Wenn ich jetzt, sagt er mir bestimmt Neustart? Nee, möchte ich nicht. Okay, gut. Also eigentlich wollte ich bloß den Punkt nicht und nicht zumachen. So, nochmal. Da scheint ja jetzt irgendwie versucht zu werden, das zu starten, aber jetzt ist die Sanduhr auch weg. Hm. Was ist aber da noch? Raspy. Äh, wo ist denn hier das Minus da unten? Konfig. Das, das ist ja wahrscheinlich auch genau das, ähm, Konsolenprogramm. Ich wollte es ja eigentlich nochmal grafisch haben. Also mehr oder weniger so, wie man jetzt da vorgehen würde, wenn man sich nicht auskennt. Da würde ich, äh, dieses Menü hier nehmen, gucken, da steht irgendwas von wegen Einstellungen. Klicke da drauf und sowas und nicht, äh, auf der Kommandozeile. Äh, gucke hier nochmal rein. Was gibt's da? Also empfohlene Software. Das haben sie da nicht übersetzt. Denn Konfiguration haben sie ja, äh, übersetzt, aber nicht hier empfohlene Software. Also Recommended Software. Okay, das geht jetzt auch nicht. Das hier. Show Updates. Achso, äh, gut. Ähm, integriert der Update Banagers auch drin. Das möchte ich einfach mal. Also. Entweder ich bin jetzt, äh, viel zu ungeduldig oder mit dieser Aktion da in dem Konfigurationsdings habe ich jetzt schon irgendwas kaputt gemacht. Oder vielleicht muss ich wirklich einen Neustart machen. Hm. Okay, ähm, mache ich jetzt einfach mal. Abmelden. Neustarten. Also, da sind wir wieder. Das mit dem Hochfahren hat schon mal geklappt. Das ist schon mal gut. So, jetzt nochmal hier. Äh, achso, nee. Als nächstes mal dann einmal Updates. Ob es jetzt geht. Nochmal Show. Genau, die hatten wir. Okay, also. Irgendwas hat sich da gerade verklemmt, sodass ich wirklich einen Neustart brauchte. Hm. So, jetzt ist es auch. Geht von alleine zu. Auch in Ordnung. Also, es sind so ein paar Sachen drin, die ich einfach unerwartet finde, die ich so von anderen Desktop-Oberflächen nicht kenne. Dass so ein Update-Dialog einfach zugeht, ohne dass ich eine Aktion ausführe. Aber okay, kann man natürlich alles so machen. Dann hier nochmal die empfohlene Software. Ah, jetzt kommt auch ein Fenster. Und, also ich will ja jetzt eigentlich nicht großartig was installieren. Denn das hat gerade eben schon ziemlich lange gebraucht. Das habt ihr ja nicht gesehen. Aber ich habe lange darauf gewartet. Von daher habe ich in der Zwischenzeit, wo ich gewartet habe, schon, ähm, schon mal angefangen, äh, das Video zu schneiden. Also, von daher, Zeit war nicht verloren. Aber. Okay. Ja. Ah. Also, vielleicht liegt es auch irgendwie an der SD-Karte, dass die viel zu langsam ist. Denn, so eine Aktion, ihr habt es ja gehört, ich habe draufgeklickt. Und jetzt hat es so lange gedauert. Also, das ist irgendwie auch verschieden. Also, das sind Sachen, die, ähm, normalerweise viel, viel schneller gehen. Hm. Ja. Gut, ähm, also, wir können hier verschiedene Sachen installieren. Wir können sogar LibreOffice installieren. Und, äh, was gibt es hier noch? Eine Oberfläche hier für Python. Orca Screen Reader. Äh, 4K, ähm, Hintergrundbilder. Und, ähm, viele Sachen für, ähm, viele Sachen weiter für die Entwicklung. Dafür ist es ja eigentlich auch gedacht. Das ist ja ein Lehrsystem und ein Lernsystem. Von daher gibt es da eine Menge zum Thema Programmieren. Dann hier für die Ingenieure. Die kriegen dann KeyCat. Eine, ach so, eine Software, um Platinenlayouts zu machen. Und, äh, kann es auch damit testen. So, wo, äh, 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 äh. Also, sieht jetzt eher nur nach, ähm, Layout aus. und die Smart-SIM, damit kann man die Logik testen. Ja, also wer es braucht, kann durchaus ein spannendes Thema sein, wenn man sich damit auseinandersetzen müsste oder möchte. Und dann haben wir natürlich noch hier pädagogisch wertvolle Spiele, also bloß eins, ja. Aha, okay, Internet, da haben wir auch nicht so viel, ein Mail-Programm und ein VNC-Viewer, Office, Libro-Office. Dann haben wir hier, genau, das haben wir nochmal. Also unter All steht wirklich alles drin und hier haben wir es nochmal sortiert nach Anwendungsfällen und, genau. Gut, also das ist so diese empfohlene Software dafür. Man kann aber bestimmt auch hier was anderes nehmen. Genau, Add, Remove Software, also Software installieren und deinstallieren. Und da haben wir jetzt nochmal deutlich, also haben wir viel, viel, viel mehr noch. Das dürfte jetzt ungefähr so dieser Paketumfang sein, den man von Debian 11 auch kennt. Entweder die haben komplett alle Pakete portiert oder einen sehr, sehr großen Teil dabei. Und es gibt auch sowas wie hier 0 AD. Ich glaube, ich habe es ausprobiert und es hat sogar funktioniert. Wobei das ja einer der eher anspruchsvolleren 3D-Titel ist im Bereich Echtzeitstrategie spiele. Und ja, also es ist schon erstaunlich. Also was in dem Gerät ja an Hardware verbaut ist, ist natürlich nicht mit PC oder mit was anderem zu vergleichen. Aber es ist schon erstaunlich für die Größe und überhaupt, dass das so geht, fand ich jedenfalls. Was ich aber ausprobiert habe, war, ich habe in dem anderen Video mal Blender installiert und sogar so eine Test-Szene damit rechnen lassen. Das müsste es ja wahrscheinlich auch noch gehen. Ach, das steht ja mal unten klein dabei. Da, Blender. Also man kann sogar auf dem Gerät hier Blender installieren. Das ist so eine 3D-Modellierungs- und Animationssoftware. Da kann man ganz tolle Sachen mitmachen, wenn man das denn kann. Und das Rendern ist natürlich ein sehr zeitaufwendiger Vorgang. Da habe ich mir so eine Test-Szene mal runtergeladen und mal geguckt, naja, wie lange dauert das? Und der Raspberry Pi P400, der hat vier Kerne da drin. Und die fangen dann an zu rechnen. Und irgendwann wird es wahrscheinlich auch zum Ergebnis kommen, diese, das gibt so eine Classroom-Szene, also so ein Klassenraum, der in 3D modelliert ist. Der wird häufig für Benchmarks verwendet. Also ich habe es dann irgendwann abgebrochen. Aber es hat prinzipiell funktioniert. Ist nicht die Maschine dafür, aber prinzipiell geht sehr viel. Was man natürlich theoretisch auch machen könnte, man könnte auch damit Videoschnitt machen, ist insofern natürlich auch eine dumme Idee. Das lohnt sich nicht, weil es viel zu lange dauert. Aber, wie funktioniert das jetzt hier? Hä? Ne. Oder muss ich da drauf? Also ihr merkt schon, dass ich mich nicht auskenne, wie man es benutzt. Gucken? Ah ja, genau. Also Begriff eintippen, Return drücken und dann wird gesucht. Also nicht hinterher in den einzelnen Abschnitten suchen, dass es da quasi vorgewählt ist, die Punkte, die man hat. Und man könnte dort jetzt auch KDN Live installieren. Da das Ganze noch auf Debian 11 basiert, ist eine ältere Version dabei, die ja von 2020 ist. Wir haben jetzt 2023. Und ganz theoretisch könnte man damit Videos schneiden. Aber das will ich mir nicht antun. Also gerade bei den Sachen, Videoschnitt, 3D-Rendering, Spiele und sonst irgendwas, da ist bessere Hardware natürlich immer deutlich besser als so ein kleines System. Aber für viele andere Dinge eignet es sich durchaus. Gut, also man könnte jetzt eine Menge Software installieren. Und mit dabei ist erstmal wenig, also ein Texteditor, eine kleine Programmierumgebung. Dann haben wir einen Chromium Webbrowser. Dann haben wir VLC zum Abspielen von Bewegtbild- und Tondokumenten, also Videodateien und Tondateien in verschiedenen Formaten. Grafik, da haben wir bloß ein Bildbetrachter, also nichts zum Bearbeiten, kein GIP und sonst irgendwas. Und bei Zubehör haben wir auch ein bisschen Kleinkram. Achso, Raspberry Pi Diagnostics. Und, okay, damit können wir die Hardware testen. Also, nein, falsch. Genau, da können wir jetzt gucken, ob die SD-Karte, achso, eine New Format. Hm, das kann man jetzt auf einer neu formatierten Karte machen. Bedeutet das, dass das jetzt, ähm, also eigentlich hat das Ding ja bloß ein SD-Karten-Slot drin. Man könnte natürlich einen zusätzlichen Kartenleser anschließen, um eine neu formatierte SD-Karte, wie da ja steht, zu testen. Vielleicht macht das irgendwas, sodass die Daten, die schon drauf sind, äh, dann verloren gehen. Also, von daher möchte ich ja eigentlich ungern mein, äh, jetzt frisch installiertes System, äh, kaputt machen. Von daher sage ich hier lieber Close. Ich bin da jetzt mal ganz feige, denn ich möchte das System ja für einen anderen Test auch noch verwenden. Von daher will ich das jetzt nicht kaputt schreiben. Und, äh, daher lasse ich das so, so einstellen. Dann haben wir ja Zubehör, waren wir. Was ich hingegen machen könnte, wenn ich jetzt so einen Kartenleser-Schreiber dran hätte, ich kann mein installiertes System nehmen, also das heißt ja MMCBLK0, das ist der interne Kartenleser, könnte ich nehmen und auf ein externes Gerät, was ich jetzt nicht angeschlossen habe, schreiben. Also, dass ich mein System klone, ein Backup mache, für andere Zwecke. Eigentlich eine ganz nette Sache. Und, was haben wir noch? Was haben wir noch? Haben wir noch was Schönes? Imager. Was haben wir da noch? Ist das vielleicht dieser Raspberry Pi Imager, den ich am Anfang da aufgelistet habe, für den Fall, dass ihr, genau, äh, wenn ihr das nicht über die Kommandozeile machen möchtet, mit dem Schreiben von der SD-Karte, dann könnt ihr es auch grafisch haben. Und das ist der Raspberry Pi Imager. Da kann ich zwischen verschiedenen Betriebssystemen und Distributionen wählen. Was ich haben möchte, um das auf der SD-Karte zu schreiben. Und standardmäßig wird immer noch vorgeschlagen, also die Version, die ich auch habe, allerdings die 32-Bit-Version von dem Raspberry Pi OS mit Desktop. Das ist das Empfohlene. Dann gibt es hier noch andere Varianten, äh, Light-Variante ohne Desktop-Umgebung. Und hier kommt auch die 64-Bit-Version. Und Legacy für, ähm, ja, ältere Systeme. Also es soll sich vor allem besser eignen für Raspberry Pi 1 und 2. Ja, was haben wir noch? Ähm, General Purpose. Achso, okay, gut, da haben wir noch Ubuntu, Apertis, äh, RISC-OS-Pi. Mhm, mhm, mhm. Das wäre vielleicht auch irgendwann nochmal interessant. Also, ich brauche es nicht, ich kenne es allerdings auch nicht. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit habe und irgendwas zum Spielen haben möchte, probiere ich das vielleicht mal aus, mal gucken. Äh, Ubuntu kenne ich ja, äh, Apertis ist denn auf Debian basierend. Da werde ich wahrscheinlich nicht so viel Neues entdecken, das ist dann nicht so interessant für mich. Dann habe ich hier verschiedene, ähm, ja, Media Center, also Software, die dafür gedacht ist, dass man den Raspberry Pi an einen größeren Bildschirm, äh, TV-Gerät anschließt und da Medien drüber abspielen kann. Libre-Elec, ja, äh, OSMC, also irgendwas davon habe ich mal ausprobiert. Funktioniert ganz gut. Und man kann auch, ähm, je nachdem, wie man das zurechtgebastelt hat, irgendwelche, ähm, Fernbedienungen damit zu laufen zu kriegen. Wenn man noch eine Diode verlötet, dann kann man sogar, ähm, Infrarot, äh, Fernbedienungen, alte, nehmen kann, die so konfigurieren, dass sie sich damit auch benutzen lassen und sowas. Da kann man eine ganze Menge mit machen. Dann gibt es auch nur was für, ähm, Audio. Habe ich nicht benutzt. Vielleicht auch ganz interessant. Dann Emulation und, ähm, ja, Spiele, Dingsbums. Also RetroPie habe ich vor sehr vielen Jahren auch mal ausprobiert. Ist, ist ganz nett. Dann Recallbox. Kenne ich so nicht. Also 100 verschiedene oder über 100 verschiedene, ähm, Spielplattformen. Das gibt ja sehr viel, was sich emulieren lässt. Also sowas wie Gameboy und, ähm, Nintendo-Systeme von, äh, früher Super Nintendo und, äh, sehr, sehr vieles. Also es gibt wirklich sehr viele Plattformen, die es für eine gewisse, manchmal sehr kurze Zeit gegeben hat. Zum Teil auch sehr exotische Systeme, wo man die Hardware, ähm, vielleicht nur noch schwer oder auch gar nicht mehr kriegt. Und für sehr viele gibt es halt Emulationen dabei. Also das ist, ähm, wenn es einen interessiert, durchaus ein interessantes Themenfeld, wo man doch sehr viel entdecken kann. Was es alles mal so gegeben hat. Und, ähm, wie, ähm, wie, ähm, wie man früher, äh, damit umgegangen ist, ist natürlich alles deutlich primitiver gewesen früher. Aber man konnte schon eine Menge damit anfangen. Und ich finde es immer erstaunlich, mit der Hardware, die es zu, ähm, früheren Zeiten gegeben hat, was man damit alles machen konnte. Und wie effizient die Programmierung dabei war. Wenn man sich jetzt so anguckt, dieser Raspberry Pi P400, das, ähm, ist, ähm, keine High-End-Hardware. Aber im Gegensatz zu dem, was es früher so gegeben hat, also das hier wären zwei Rechenzentren gewesen. Oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, also, äh, ich finde es immer gigantisch, wie sich die Technik so schnell verkleinert, verbessert hat, wie, äh, es so viel schneller geworden ist. Und überhaupt, also das ist schon irgendwie sehr interessant. Und wenn man dann zurückgeht mit so einem Emulator, einfach mal guckt, was hat es früher so gegeben? Und, ähm, ja, also wo die Anfänge von dem Ganzen sind. Also finde ich durchaus interessant, aber darum soll es hier nicht gehen. Also guckt euch das gerne mal an, installiert das denn mal. Es gibt diese Emulator natürlich auch für andere Distributionen. Ihr braucht jetzt kein Raspberry Pi dafür. Probiert das einfach mal aufs Spiel damit mal ein bisschen rum, wenn euch das interessiert. So, so viel dazu. Dann, was haben wir noch? Äh, äh, okay, Spezialdistribution. Ach, für 3D-Druck, für Heimautomatisierung. Tegelsingeln, okay, Kali. Ach so, okay. Ach so, Kiosk-Mode ist natürlich auch nicht schlecht. Moodlebox, okay. Was das alles gibt. Ähm, mhm, mhm. Lightshow, okay. Wenn man, also, ja, ist interessant, was es alles gibt für Spezialdistributionen. Mhm, mhm, mhm. Ja, gut. Und dann hier noch Freemium und Paid. Android Ball, okay. Also, so ein Android irgendwas kostet aber eventuell, oder? Mal gucken, steht da was bei. Ach so. Starter. Äh, okay, gut. Ähm, aber Android 13 ist ja relativ aktuell. Oder ist es sogar das aktuelle? Ich habe jetzt da nicht so den Plan. Okay, und irgendwie war es mit Thin Clients Zeugs. Ja. Gut. Ach so, da haben wir noch mehr. Ah so, dass man den Bootloader von Raspberry Pi zurücksetzen könnte. Und. Aha. Da kann man ein Multi-Boot-System draus machen. Also, ich lese davon jetzt einfach mal raus, dass man auf einer SD-Karte mehrere Distributionen parallel installieren kann. und beim Hochfahren wählt man eine aus und dann startet man die. Ob das klappt, weiß ich nicht. Kenne ich nicht. So, dann löscht eine Karte als... Nein, das möchte ich natürlich nicht. Eigenes Image. Genau. Denn alle diese Images, die hier aufgelistet sind, die sind natürlich nicht auf meiner SD-Karte. Also, die kann ich nicht auf eine andere SD-Karte schreiben. Die müssten erstmal runtergeladen werden. Und dann kann ich es schreiben. Brauche ich aber einen externen Kartenleser für. Gut. Das wäre es jetzt eigentlich auch soweit. Also, diese spezifischen Dinge, die es bei dem Raspberry Pi OS in der 64-Bit-Version oder im allgemeinen Raspberry Pi OS gibt, die habe ich jetzt so durchgeguckt, mal ein bisschen durchgeklickt. Ihr merkt, ich benutze das insofern nicht. Von daher ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich da jetzt nicht so mit der Sicht desjenigen, der sowas täglich einsetzt und auf der Kommandoseile rum bastelt und sowas macht, sondern so ein bisschen allgemeiner vielleicht. Ja, von daher bin ich ja auch auf Probleme gestoßen, die ich vielleicht, wenn ich das gekannt hätte, nicht sofort umschifft hätte. So. Gut. Von daher würde ich sagen, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ja, das war es dann für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder ein paar Einblicke in Dinge gebracht, die ihr euch vielleicht nicht angeguckt hättet. Hätte ich insofern ja auch nicht gemacht, wenn ich nicht einen Grund gehabt hätte, mir das anzugucken, weil ich so ein Projekt brauche. Wir haben wieder ein bisschen was gelernt, alle zusammen. Ich natürlich auch. Und macht es gerne nach. Ihr könnt das ja auch mit einem anderen Raspberry Pi machen. Also ihr braucht nicht diesen P400. Ihr könnt ja auch eine ältere Version nehmen, also den Zweier. Da kann auch schon diese 64-Bit-Version theoretisch ausführen. Ich weiß nicht, wie gut das da drauf läuft. Der Dreier kann es sowieso. Und der Vierer, der kann es auch auf jeden Fall. Also der ist 64-Bit-fähig. Und ja, probiert es aus. Lasst es bleiben. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken. Bis dann und tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020